Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Wir sind wieder in Dorenas. Wir haben 5.20 Uhr und wir fahren jetzt gleich mit der Gondel hoch bis zur Mittelstation. Von da aus fahren wir weiter mit den Enduros am Berg. Hoffen, dass wir noch vor Sonnenaufgang oben ankommen. Gucken dann gemeinsam Sonnenaufgang und fahren dann in der Früh runter. Dicken Twellen. Steffen was ich noch mit dabei habe. Aber wir frühstücken jetzt erst mal beschäftigt. Die ist zu. Ja. Wie viel nachts? 5.45 Uhr. So Freunde, Gondel fährt nicht. Keine Ahnung warum. Jetzt heißt es 2.200 Höhenmeter so fahren. So, es geht los. Jetzt werden die Höhenmeter von Tal aus erklommen. Es müssten um die 20 Kilometer sein. Oder mehr. Ja. Gucken wir mal nachher. Sehen wir dann. Aktivost. Noch gerade ist, wenn ich jetzt hoch. Der erste Runde hat die Höhenmeter geschafft und es wird warm. Ja. Gleich Steffen. Bei uns sind wir gestartet. Freunde, da oben kommt schon erst ein Sonnenstrahlen. Und wir haben noch nicht mehr Sonderaufgang. Ja. Sonderaufgang können wir vergessen. So, hier ist die Gondel. Unser schöner Ausgangspunkt. Leider um anderthalb Stunden später erreicht. Aber dafür auch mit 27 Kilometer mehr. Und weiter geht's. Hier wird einfach mal radikal die Talstraße zugeschmissen. Hier wird einfach mal radikal die Talstraße zugeschmissen. Freunde, das wird ernst. Eis. Und Schnee. Und sketchy. Die Aussage steht immer ganz klar. Junge. Freunde, seht ihr das Eis? Das Wasser fängt an zu gefrieren. Es sieht zwar so warm aus mit der Sonne. Aber wir haben safe minus 100 Grad. Und der Wind ist so heftig. Es ist krank. Also arschkall. Ja. Wir sind jetzt noch über 2000 Meter. Da oben wollen wir noch hin. Das Haus. Das war nicht eigentlich eigentlich. Geil. Alter. Das Haus. Nein. Also da wird der Wind, Freunde. Das ist grauhaft. Die verstehen mich nicht. Bei den minus 5 Grad, was wir oben haben, da hinten sieht man gleich vom Mont Blanc. Das ist 4.800 Meter. Wir haben es überhaupt nicht gleich geschafft. Das ist jetzt kleiner. Ach du jemine. Das ist jetzt so krank. Holy moly. Das ist das krank. Geisel. So, nach der Auffahrt kommt die Abfahrt, Freunde. Und das geht so gut! In den Schnee oder was? So, nach der Auffahrt kommt die Abfahrt. Ha, ha, ha! Oh, this is good, you know? That's much sense, yeah. Ha, ha, ha! Musik 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 So Freunde, das war's mit dem Video. Wir haben gerade noch dick hier gegessen. Es ist mittlerweile auch wieder Abend. Wir haben uns heute in der Mitte ausgeruht. War schon einigermaßen anstrengend. Hockey haben wir geguckt. Wir haben Hockey noch geguckt, genau richtig. Straßenhockey. Straßenhockey, wo die sich alle umgekloppt haben. Ja, war relativ anstrengend heute. Deswegen haben wir nichts mehr weiter gemacht. 1800 Höhenmeter, 30 Kilometer. Hat aber Bock gemacht. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Mein Knie. Das. Danke. Holy moly. Danke. 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 Danke.